Heute bearbeiten wir ein Bild aus Madeira gemeinsam, nämlich ein Wasserfallbild und das Ganze in Radiant Photo. Viel Spaß! So, ich ziehe mir jetzt hier wieder meine RAW-Datei rein und Radiant Photo wird dieses Bild jetzt wie immer automatisch erstmal bearbeiten. Dazu wird es die Smart Presets verwenden, beziehungsweise wird es sich ein Smart Preset aussuchen. Je nachdem, was auf diesem Foto erkannt wird, wird ein Smart Preset automatisch ausgewählt. Und das kann man dann entsprechend noch verändern. Jetzt siehst du, Landschaft ist hier gehighlighted und das ist jetzt im Prinzip auch das Smart Preset, was jetzt hier verwendet wurde. Das ist das Vorher-Bild, das ist das Nachher-Bild. Also, wir sehen, es wurde jetzt insgesamt erstmal sehr viel heller gemacht, das Bild. Es ist okay, vielleicht ein bisschen zu hell, aber ich habe ja jetzt die Möglichkeit, in dem Programm auch noch manuell einzugreifen. Und ich kann jetzt hier am Anfang erstmal in dem schnellen Modus drin sein. Meistens arbeite ich aber direkt im erweiterten Modus. Alle Regler, die es im schnellen Modus gibt, gibt es natürlich auch im erweiterten Modus. Und ich würde jetzt hier als erstes mal damit anfangen, in die Farbtiefe, in diese Palette hier reinzugehen. Die öffne ich hier mit einem Klick auf dieses kleine Dreieck. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier zum Beispiel erstmal die Belichtung wieder etwas runterzusetzen. Denn für meinen Geschmack ist die irgendwie ein Stück hoch. Ich möchte dieses Bild eher ein bisschen dunkler haben. Gefällt mir wesentlich besser so. Weil das irgendwie so ein bisschen mystischer aussehen könnte, meiner Meinung nach. Dann werde ich auf jeden Fall mal noch die Lichtstreuung aktivieren. Die Lichtstreuung, die macht das ganze Bild so ein bisschen weniger kontrastreich. Das heißt, die hellen Bildbereiche werden abgedunkelt. Die tiefen oder die dunklen Bildbereiche werden aufgehellt. Und somit entsteht etwas weniger Kontrast. Der Dynamikumfang wird ein bisschen erhöht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Es wird also insgesamt ein bisschen abgesoftet, das Ganze. Und das mache ich auch noch ein bisschen doller. Das stelle ich mal so auf ungefähr 70. Und jetzt haben wir hier schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Gleichzeitig können wir auch mal noch mit dem Superkontrast arbeiten. Den könnte ich mal so auf 20 stellen. Dass wir ein bisschen mehr Kontrast wieder reinbekommen. Als letztes werde ich hier noch die Tiefe mit dazu bringen. Und das lasse ich hier mal auch auf Definition stehen. Da kann auch noch ein bisschen mehr hier rein. Packen wir es mal so auf 50. Das sieht auch schon richtig gut aus. Und alleine, wenn ich das jetzt mal vergleiche. Vorher war das Bild so unbearbeitet. Jetzt sieht es so aus nach wenigen Mausklicks. Wir sind aber noch nicht fertig. Denn ich mache jetzt hier mal Farbtiefe wieder zu. Und gehe mal als nächstes in Farbe rein. Dort haben wir zum einen Farbkontrast. Da werde ich auch mal noch ein kleines bisschen mehr reingeben. Denn ich bin ja ein großer Freund von Kontrast. Generell weißt du ja, denke ich mal, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst. Und genauso möchte ich dann auch hier noch etwas mehr Brillanz reinbringen. Und die drehe ich jetzt mal ein bisschen weiter nach oben. Damit du erst mal siehst, was die hier macht. Im Endeffekt macht es die Farben einfach sehr viel stimmungsvoller noch. Wenn man es zu doll macht, ja. Also es ist ähnlich wie Sättigung. Ich werde es mal wieder ein bisschen zurückdrehen. So auf 20 ungefähr. Vielleicht 30. 20 ist vielleicht ein bisschen wenig. Packen wir es mal auf 30. Aber ich finde, das macht das Ganze schon wesentlich lebendiger, das ganze Bild. Jetzt schau dir mal an, wo wir hergekommen sind und wie das Ganze jetzt aussieht. Also die Farben gefallen mir richtig gut. Und die können wir jetzt auch noch weiter korrigieren. Denn hier unten haben wir einmal Farbton Laub. Und ja, da geht es vor allem auch so ein bisschen um die Gelb-Grün-Werte, sage ich mal. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben jetzt hier aktuell eingestellt Goldrute. Ich packe jetzt mal die Intensität hier weiter nach oben, damit du mal dann den Unterschied gleich siehst. Wenn ich jetzt die Intensität hier höher drehe, dann siehst du Goldrute. Wie der Name schon sagt, es wird alles ein bisschen gelblicher. Das möchte ich verändern. Und hier sieht man auch, wenn man hier mal draufklickt, die verschiedenen Vorgaben. Und ich würde mal behaupten, Tropenwald passt hier eigentlich ziemlich gut von den Grünwerten. Ja, das gefällt mir wesentlich besser. Ist nicht mehr ganz so gelb, sondern eher ein bisschen grünlicher. Also das mag ich sehr. Und hier drunter können wir jetzt noch, ja, quasi die gelb- und rötlichen Töne auswählen, wie die gefärbt werden sollen. Aber da nehme ich mal die Intensität komplett raus. Dafür stelle ich die Intensität hier mal noch ein bisschen höher. Und dann steht das so ungefähr bei 50. Das ist jetzt persönlicher Geschmack, sage ich dir ganz ehrlich. Manche werden vielleicht von euch schon sagen, uh, das ist mir jetzt aber ein bisschen viel Farbe. Ich persönlich mag es sehr doll. Ich glaube, insgesamt ist das Bild auch immer noch ein bisschen zu hell. Aber das können wir gleich noch mal ein bisschen ändern. Aber grundsätzlich mag ich es jetzt von der Tonung und von den Farben her schon richtig gerne. Und jetzt können wir als letztes hier noch ins Color Grading reingehen. Wobei ich Color Grading selber jetzt hier gar nicht verwenden werde. Sondern ich klicke einmal hier drauf. Hier gibt es nämlich noch die sogenannten Finalisierungstools. Das ist ähnlich wie in Lightroom auch. Also die Regler kommen uns irgendwie bekannt vor. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Belichtung noch mal etwas herabsetzen. Stelle ich mal so auf minus 10 ungefähr. Er ist schon ein bisschen doll. Also die Regler hier, die reagieren sehr, sehr stark. Deswegen packe ich das mal hier nur so auf minus 5. Das sollte komplett schon ausreichen. Und dann werde ich auch tatsächlich die Sättigung noch mal so ein kleines bisschen rausnehmen. Weil dadurch, dass wir das Bild jetzt dunkler gemacht haben, ist es auch noch mal sehr viel mehr gesättigt worden. Müssen wir nicht ganz so doll machen. Und einen kleinen Verlaufsfilter packe ich auch noch mit dazu. Und dann nehme ich hier die runde Form, also den radialen Verlauf. Kann hier auch die Form entsprechend noch ändern. Je nachdem, wie man das gerne hätte. Stelle ich jetzt mal so hier ungefähr ein. Größe. Machen wir noch ein bisschen doller, dass jetzt nicht zu viel von dem Bild abgedunkelt wird. Sondern wirklich nur die Ecken. Weiche Kante kann auch wirklich auf 100% stehen. Und jetzt habe ich hier mit der Mischung die Möglichkeit, das Ganze natürlich noch etwas abzusoften. Ich stelle es mal hier so auf ungefähr 50%. Dann ist es nicht ganz so doll. Aber es gefällt mir jetzt schon richtig gut. Schau mal. Vorher. Und ich finde, das Bild kann man eigentlich schon so lassen. Wie gesagt, vielleicht ist der eine oder andere der Meinung, es ist jetzt ein bisschen doll gesättigt. Das kann man ja, wie gesagt, weniger machen. Aber grundsätzlich finde ich persönlich das schon richtig gut. Vielleicht von der Farbtemperatur noch so ein ganz kleines bisschen ins Kühlere ziehen. So auf minus 5. Wie gesagt, die Regler wirken hier mal schon relativ stark. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und so würde ich das Bild tatsächlich lassen. Und dann kann ich das Ganze abspeichern. Und wenn du jetzt Bock hast, dann kannst du natürlich noch in Lightroom reingehen. Das Ganze weiter bearbeiten. Aber ich für meinen Teil würde behaupten, dass ich dieses Bild komplett hier in Radiant Photo bearbeiten konnte. Von vorne bis hinten. Und ein schönes Ergebnis habe. Das war es mit der Bildbearbeitung zu dem Wasserfallbild aus Madeira. Und wenn dir Radiant gefällt, du es noch nicht hast, dann kannst du es 14 Tage kostenlos testen. Der erste Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du es dann kaufen möchtest, gibt es auch nochmal 10% Rabatt mit dem Code Schäfer. Steht alles unten in der Videobeschreibung drin. Kannst du dann einfach mal abchecken. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und natürlich unten was in die Kommentare posten und den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Es kommen auch noch einige Videos aus Madeira. Ich freue mich da ganz besonders drauf. Und ich hoffe, du natürlich auch. Und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video wieder. Ciao.